Ah, Stokes, bist du hier schon vorgegangen? Wo warst du, Beckett? Wieder diese Shadow Trooper oder Geister. Cool Days, Giant Panda, very weird food, Bumble. Schon wieder das Feld mit der Schaukel. Ich auch nicht. Tastische erste Klasse. Und hier haben wir Alma. In der ersten Klasse ist man sechs Jahre alt. Und bei den Experimenten, die sie dann hier durchgeführt haben, kam wohl Almas Talent zum Vorschein, dass sie telepathische Fähigkeiten hat. Und dann wurde sie gleich rüber nach Embeking gebracht. Und so endete dann die Kindheit des kleinen Mädchen. Und der Musikraum. Musik, Chemie, Musik, habe ich gehasst. Das ist wieder einer dieser Gegner. Wie bei den Ruinen. Dann plötzlich aufschreit und dann die Toten wieder aufstehen. Und dann die Toten wieder aufstehen. Wo sind die Replika und wo ist das ATC? Wo sind die Replika und wo ist das ATC? Ich bin also noch gar nicht fertig. Ich bin also noch gar nicht fertig. ausstehen. Alles? Durchgucken. Ah! Ah! Solche Bilder haben die Kinder gemalt. Das wird von Alma gewesen sein. Ja, und Alma hat gemalt wie jemand ein Soldat einen anderen erschießt. Mom. Stimmt, über Almas Mutasier gar nichts bekannt. Was, Alma? Und wir müssen da durch. Ah! Lass mich! Ja, ich habe noch einen Trauma in der Schule bekommen. Dass er dann auch hier ist. Wann begreifst du endlich, dass ich kein Interesse an dir habe? Ah! Du existierst wohl keinen Korb. Seh' dich! Sie hat uns gesehen und wir haben sie gesehen und sie sagt ich seh' dich nicht, äh siehst du mich nicht? Das sind schon seine Nachteile, wenn man ein Level das zweite mal spielt. Der Schulwurf. Da sind die Replika. Soviel wie die aushalten, das gefällt mir. Bist du wie bei Crysis? Matsch! Schrotten hinter! äh Paketenwerfer den brauchen wir wahrscheinlich sonst würde er da nicht liegen Herr Quasis Sessionsgewehr brauche ich nicht mehr hier geht es nicht weiter wir müssen einen anderen Weg finden jetzt kommt ein Mech ach verdammt gleich habe ich es da pustet ihr schon noch so den letzten Löchern schon wieder jetzt sind aber hier vier sehen wir doch nur blau rot und grün jetzt ist blau noch dazu gekommen dann ab hier die vierte Klasse treffen Sie sich mit Stokes und Kiegen bei einem Verwaltungsgebäude da ist das Schöpach wie die ist sie nicht blöchern blöchern und dann und 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 hinweise sind ich auch sammel denn in der letzten folge habe ich mich geoutet dieses level noch mal zu spielen und er hat es natürlich alle gespeichert die ganzen sammeln objekte das hat hier schon so gemacht wie metro später clever die erste aufnahmen nämlich war eine gute stunde und da war der ton nicht aktiviert war mit dem dann los wert jetzt können wir es abdrehen theoretisch hätten wir als wir vorhin da waren noch eigentlich irgendwie noch hier rüber kommen können da ist der shopper auf auf Ach, da seid ihr ja. Mich schon wieder... Versteh's doch endlich mal. Ich steh auf Brunette.